Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um den Ikea Micke Schreibtisch. Breite, 73 cm Tiefe 50 cm Höhe 75 cm maximale Belastung 25 kg. Mit Öffnung auf der Rückseite Kabel und Mehrfachsteckdosen sind verdeckt, aber immer griffbereit. Die Beine können je nach den räumlichen Gegebenheiten links oder rechts montiert werden. Ausziehsperre verhindert, dass die Schubladen ganz herausgezogen werden und herunterfallen. Kann frei im Raum stehen, da es auch auf der Rückseite behandelt ist. Für eine größere Arbeitsfläche lassen sich mehrere Micke Schreibtische und Schubladen kombinieren alle haben die gleiche Höhe. Bitte die Anleitungen für das Aufladen elektronischer Ausrüstung im Benutzerhandbuch genau beachten. Wir empfehlen, die Stromzufuhr auszuschalten, wenn die elektronische Ausrüstung für längere Zeit unbeaufsichtigt ist. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.